Weihnachtszeit Weihnachtszeit, das ist die Zeit des Glühweins, der Suche nach Geschenken, aber auch der Besinnlichkeit und Ruhe. Weniger Ruhe, dafür aber umso aufregender, gestaltete sich in diesem Jahr der Bocholter Weihnachtsmarkt, der nicht umsonst als einer der schönsten Weihnachtsmärkte im westlichen Münsterland gilt. Und die zahlreichen jungen und jung gebliebenen Besucher sahen das sicher genauso. In der Weihnachtsbäckerei, hier gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch macht zu mancher Knirsch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Der Weihnachtsmarkt lud auch in diesem Jahr zum Verweilen ein und gab einen entspannenden Ausklang zur Shopping-Tour-Tour. Nachdem die Eislaufbahn wieder abgebaut war, veranstaltete die Bühne Pepperoni auf dem Gasthausplatz ein großes Weihnachtsliedersingen. Jung und alt konnten sich hierbei aktiv beteiligen, denn alle, die im weihnachtlichen Liedgut nicht übermäßig bewandert waren, bekamen die Texte per Beamer souffliert. Tja, so besinnig kann moderne Technik sein. Tja, so besinnig kann moderne Technik sein. Tja, so besinnig in Ruhe des U- Russen, Tja, so besinnig auf dem Bombardier des U-Bus. Dja, so besinnig kann moderne Technik sein. Aber die année, Weltk thirden, wir elementalisten Grusen. Wir unterstützen uns für den Wärtsbergen. Vielen Dank.